Ah, wurde unterbrochen. Alles klar. Eben noch gucken. Die so irgendwie... ...ist dieses Zeichen. Gut. Gut. Und hiermit und herzlich willkommen zu Red Dead Detention Online. Ja, ich habe jetzt eine Woche lang jetzt quasi gespielt und es ist mega krass, was da man alles so machen kann. Nicht nur das, wie realistischer Spiele ist. Es ist auch ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und das hier ist jetzt ein Twitch... Ein Twitch-Stream. Und ja. Ja. Das ist jetzt quasi überläufig, dass ich es jetzt über Twitch und über Mixer streamen werde. Weil... Aufgrund dessen... Mein PC ist schlimmer als ein Toaster. Und... Ja. Und jetzt mache ich das quasi so überläufig. Also... Ihr werdet auch jedes Mal Bescheid bekommen. Ähm... Ja. Wenn ich einen Stream ankündige, ob das jetzt über Mixer oder Twitch ist, ähm... Muss ich gucken. Also das wird dann auch vorher eine Stunde vorher Bescheid gesagt, bevor ich einen Stream starte. So. Und... Ja. Hoffe mal, dass das alles vernünftig flüssig läuft. Und... Ähm... Ja. Ich müsste mir nur quasi Bescheid sagen, dass... Also wenn es lenken sollte. Dass ich gucken kann, was ich darunter einstellen kann. Aber jedenfalls läuft das jetzt viel, viel besser als vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann für 14 Tage jetzt erstmal irgendwie so drauf bleibt. Ähm... Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt quasi damit ange... Mein Sprachchat ist an, oder? Jawoll! Muss ich mal eben... Ne. Hier nicht. Oh! Der fällt mir ein, bevor man was doppelt hört. So musste ich den Fernseher eben stumm schalten. So. Und wie man sieht, bin ich leider schon viel zu böse. Voll badass. Muss man eben... Jetzt denken die im Film rede ich nie da. Ähm... Wahrscheinlich. Nur Trupp? Nur Crew? Nur Freunde? Kann man den nicht einschalten? Weil das gerade irgendwie nervig ist. Wenn ich das so ausschalte? Ne. No Tropp. No Tropp. Naja, einfach nur Tropp und fertig ist. So. Zwar wird es jetzt ein bisschen nervig sein, dass es da irgendwie immer angezeigt wird. Aber was will man machen? So. Ist ja auch bisher jetzt auch nur die Beta. So. Man fährt Blackhound. Warte jetzt komm. Dann können wir auch schon die erste Mission, also diesen Stream annehmen. So. 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 Das ist Blackhound. Und so sehe ich quasi aus. Also ich finde mein Pferd richtig schick. Mein Reitpferd. Ich werde mal gucken, ob ich auch noch ein paar Lastpferde kriege. Ob ich auch ein paar andere Lasten oder sowas tragen kann. oder Spieler transportieren kann. Ich finde das Spiel sieht richtig, richtig geil aus. Findet ihr nicht auch? Es ist einfach nur mega. Es sieht geil aus. Es ist geil gemacht. Es ist realistischer gemacht. Als in GTA. Und die Pferde hier sind mega hübsch. Und sehr realistisch gemacht. Ähm. Ja. Falls ich irgendwie zu einem Mikro sein sollte. Oder übersteuert. Und ja. Keine Ahnung, wo welches Pferde sind. Aber wir lassen uns mal zu dem da hingehen. So. So. Und den Hintergrund bitte ignorieren. Bitte tut mir den gefallen und ignoriert den Hintergrund. Ähm. Oh. Oh. Ich spiele gerne eine Ego-Perspektive. Ähm. 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 Äh. Hat. Der ist grad in der Luft? Der hat den Brief doch in mitten sicherlich in der Luft gehalten. Der hat den Brief doch in mitten sicherlich in der Luft gehalten. Und ja. Ich will deine Mission annehmen. Hau auf zu labern. Ich will deine Mission annehmen. Ich will wieder arbeiten. Ja. Mit deinen Scheiß. Hau Spaß. Danke. Hab Spaß. Okay. Na komm hier was. Was zur Hölle. Was geht denn mit dir? Was geht mit dir denn ab? Ich hab die Brief doch grad. Was geht? Ich hab die Brief doch grad. Was geht? Hä? Geht's dir gut? So. Am ich richtig in denken, du bist hier für mehr von Alden's kleine Master-Scheme? Ähm. Ich will annehmen. Irgendwas stimmt hier nicht. Man merkt, du bist hier, weil du Geld brauchst. Man merkt, es ist ziemlich verbuggt. Ähm. Was war da irgendwas? Was? 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 Was geht hier ab? arnp Wir sind mit dir der Magier. Ich schwöre der ist Magier. Warum? Warum passiert immer mir so ne Scheiße? Der scheint Magier zu sein So, und jetzt müssen wir die Vorräte nach Valentine Ich hoffe da kommt mir jetzt kein Rival entgegen So, da ist er So, ähm Weißt du, wie man zu Kino kommt, oder? Weißt du, wie es geiler aussieht Oh Mann, sieht das geil aus Und ich hätte abbiegen müssen So, gehen wir mal ein bisschen weiter runter So, gehen wir mal wieder so stückchen weiter zurück ich habe das komische gefühl das jetzt schon verkackt habe ja weiter zurück wäre sinnvoll so jetzt sind wir eigentlich so weit wie möglich wirklich zurückgegangen jetzt müssten wir es eigentlich sehr gut hinbekommen ich hoffe die können nicht rausfallen das ganze vorrede weil die wackeln da ach du scheiße ach ja 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 so weiter 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 so warte ich hoffe das kommen jetzt nicht die anderen online spieler und ärgern mich jetzt ich muss sich das ding denn noch schleppen wir sind gleich da das ist super ah endlich sind wir da mission abgeschlossen klingt doch klingt doch gut ah ja was habe ich jetzt gekriegt oh sehr großzügig so und dann haben wir gleich glaube ich hier in der nächsten mission ah das ding ist gut ich hab das mal echt mal gesehen so ein teil ne einer aus meiner berufsschulklasse hat das mal mit gehabt und man muss da glaube ich nur irgendwie luft durchpressen und dann so gegen schwingen das sollte richtig fanny machen ich will auch so ein ding haben hast du eine mission für mich ne doch das ist die fremde person die stinger ha 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 okay hat keine mission für dich die war mir doch verarschen momentan keine missverstehen nicht und immer schön weiter ist das spiel schön aber diese landschaften sind ja auch richtig richtig geil gemacht das war ohne witz also wie gesagt ich mache das erstmal allgemein nur streamen damit ich eben halt vielleicht noch ein bisschen so das was ich quasi bock habe zu streamen warte jetzt habe ich gerade noch ein bisschen den faden verloren kann das sein ja genau weil ich habe das jedenfalls so vorgehabt weil ich keinen vernünftigen pc habe um richtige vernünftige let's pace zu machen weil ich wollte ja wo paus aufnehmen und so weiter und so fort und 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 habe ich habe es nicht die es ist es ist es ist es ist es ist es 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 So, ha! So, jetzt werden wir noch die Leiche nicht durchsuchen. So, wir werden auch ein bisschen was finden können. Ähm, ich kann diese Leiche nicht aufnehmen. Oh, ich kann hier auch was kochen, glaube ich. Oh, jetzt auf einmal kann ich die Leiche plündern. So. So, was haben wir hier? Produktionsberge, Munition. Oh, ich habe hier Munition sogar gefunden. Das finde ich schön. Was hast du für mich? Das war, glaube ich, eine Fliege. Bitte ignoriert den Hintergrund. Säuge? Oh fuck, auch das noch? Oh, Mann ey. Das war alles für den Postboten. Oh Mann ey, auch das noch. Oh. Lauf, lauf, lauf. Oh, ist das noch? Oh. Oh Gott, jetzt fängt es gleich auch noch an zu gewittern. Oh, das gibt vielleicht leichte Blitzeinschläge. Oh Gott. Oh Gott. Los, schneller. Mach doch. Ich will nicht vom Blitz getroffen werden. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf es dann halt eine halbe Ewigkeit dauern. Oh Gott. Was ist das Gefühl der halbe Ewigkeit? Oh Gott. Das kann ja halt eine halbe Ewigkeit dauern. Hier oben... Warte mal, kann ich da oben... Hört zu oben, fällt mir gerade auf. Aber es ist eh zu spät. Die Pferde sind zwar nicht schnell, aber dafür haben die genügend Ausdauer. Lauf, lauf, lauf. Lenk doch! Lenk doch! Ich muss wieder auf die Straße. Ich muss wieder auf die Straße. Bitte hängt nur den Top-Rund, wenn er eine kleine Schlüssel ist, was ja ihre Freunde nicht machen. Habt da bitte ein bisschen Rücksicht. Ähm... Ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch mehr Feinde. Ich hab auch nur begrenzte Muni. Ich muss erst, glaube ich, wieder neue Muni bestellen. In der Ladung alles gut. Los. Los! Reite! 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 Wieder Wind! Ach du, was war ich? Ja. Bin gleich da... Bunala! Bunala! Entschuldigung. Tut mir leid. Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen rausgerutzt. Entschuldige. Ich hab auch vorhin was getrunken. Um die Sonne jetzt auch wenn da rumzutranken. Ich hab mir jetzt gerade so derbe auf den Dach. Los! Los! Ey! Hey! Hab ich... Das hörte sich gerade an und nach nem Bären. So, den überholen wir mal. Ich will da mich... So. Und wir fliegen der Seidhaft. Wir haben es gleich geschafft. Wenige Meter. Noch wenige Meter. Und, 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 und. Und wir sind natürlich da. Super! 12 Volt! Margets haben wir gekriegt und... Oh! Wie lange fehlt es noch bis Level 10? Die Primärpistole. ich bin gerade durch ein menschenbläuch durchgegangen um um okay oh 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 und zack zack Wahahaha Warum? Warum ist das mir jetzt passiert? Zwei gegen ein Hahaha Hahaha Oh Metzger Hallo 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 Versteh Ja Hahaha Gibt's mehrere Zeugen Ründern Oh Kekse Schwenk nochmal lecker Um 10 Cent hab ich gerade gekriegt Komm schon jetzt Giddyup Willkommen zurück Was hat dir schon in deinem Kopf gekriegt? Verkaufen Was kann ich denn verkaufen? Alles klar Ich nehme dich A lot of Sure Seems Errolpon A lot of folks coming by with these lately Good enough Richtig So Ich werde jetzt an der Stelle jetzt mal Schluss machen Und hoffe mal dass wir mal uns bald mal ähm Antreffen Oh Das verstehe ich jetzt nicht Eigentlich kommt man auf den Plan hier rein oder nicht Oh Ich werde gefesselt Ich werde gefesselt Oh 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 Er hat mich erledigt Scheiße Ist irgendwie blöd gelaufen finde ich Haha Ähm ja Wir hören uns irgendwann dann wieder Bis dahin Ciao